Presserunde, Matarazzo, das ist das nächste Thema. Am Freitag, das habe ich vorhin schon gesagt, gab es noch mal eine große Presserunde mit Pellegrino Matarazzo. Und in dieser Runde, ich habe es vorhin schon gesagt, ich möchte mich aber noch mal wiederholen, prädierte Matarazzo wirklich mit sehr klaren Gedanken und guten Analysen zur abgelaufenen, aber auch teilweise schon zur kommenden Saison. Ein paar Einspieler haben wir bereits in vorherigen Segmenten gehört. Die restlichen, meiner Meinung nach, auch sehr emotionalen Aussagen, die hören wir uns jetzt mal an. Und wie vorhin kann ich nur noch mal sagen, manche O-Töne werden wir jetzt wirklich nicht in Gänze sezieren, wie ihr das sonst von uns gewohnt seid, sondern die lassen wir einfach so stehen. Weil bei ganz vielen Punkten trifft Matarazzo halt wirklich den Nagel auf den Kopf und ich befürchte, dass wir es nur zerreden würden, vor allem ich. Deswegen starten wir gleich mal rein mit Matarazzos Aussagen über diesen letzten Spieltag, der uns allen noch so präsent ist. Und wenn Pellegrino darüber spricht, kriegt man, glaube ich, gleich noch mal Gänsehaut. Ja, das Spiel war krass. Nach der Halbzeit musst du schon 4-0 führen. Das war schon eine sehr gute Leistung, wirklich eine sehr, sehr gute Leistung, die unsere Jungs auch in der ersten Halbzeit abgerufen haben. Und stehst du nur 1-0 in Führung und Hertha führt auch 1-0. Und das hat man auch gemerkt in der zweiten Halbzeit, wo die Jungs auch rausgekommen sind, dass der vielleicht ein bisschen die Hoffnung auch weniger war am Beginn der zweiten Halbzeit. Und dann mit, für mich war es, mit jedes Tor, die Dortmund geschossen hat, hat man eine Energie gemerkt, die immer mehr geworden ist. Ich finde, ich möchte auch die letzten fünf Minuten betonen, also wo Dortmund auch 2-1 geschossen hat, diese Energiewelle, ich kann es nicht anders beschreiben als Energiewelle, von den 6.000 Zuschauern, die in die Mannschaft auch geflossen ist, habe ich in meinem ganzen Leben so ein Erlebnis noch nie gehabt. Und dass es sogar auch dazu führt, dass wir das 2-1-Siegtor schießen und zu einer Explosion der Emotionen auch führt, ist ein Moment, den man einfach niemals vergessen kann, auch wenn man möchte. Das ist lebensprägend, glaube ich, für alle, die hier im Team sind. Und den Jubel, in dem Moment hast du keinen Kopf mehr, das ist nur ein Autopilot. Du rennst um den Platz, du weißt gar nicht mehr, was du magst, du bist gesteuert von deinem Bauch, nicht mal mehr von deinem Herzen, du bist von deinem Bauch gesteuert und es ist sehr roh, sehr natürlich und ein unvergesslicher Moment, glaube ich, für alle Beteiligten. Bitte, ich habe ein paar Mal das irgendwie erklären müssen, ich mache es immer anders, weil es ist extrem schwierig zu beschreiben. Ich finde, es war so ein Moment, der fast zu groß war für den menschlichen Verstand. Es ist so irgendwas, was wir nicht wirklich umreißen können, beziehungsweise Tage brauchen, um das wirklich zu verstehen, was passiert ist. Besonders auch die fünf Minuten. Die fünf Minuten, was da passiert ist im Stadion, war wirklich außergewöhnlich. Da spricht der Trainer, das darf man nicht vergessen, das ist kein Fan. Und das klingt, als ob wir es gesagt hätten, ne? Das ist beeindruckend. Wie gesagt, man kann da nicht allzu viel zu sagen, weil wir haben ja letzte Woche schon unsere Eindrücke geschildert. Ich lasse es einfach so stehen. Werfe jetzt noch in den Raum, Sebastian, das Backup läuft nicht. Das Backup ist nicht mehr auf dem Rechner drauf. Sehr gut, das nur nochmal so am Rande. Für alle, die es über Spotify oder iTunes gerade hören, Sebastian rudelt hier wirklich wie so ein Blöder rum, versucht irgendwie das Problem zu lösen, dass die Damen und Herren auf YouTube ein klares Bild bekommen. Ja, sie sehen uns das halt dauerhaft als Standbild, aber ich kann es leider nicht ändern. Ja, dann ist es halt so. Dann ist es so. Wir hören uns gleich nochmal Matarazzo an, der beschreibt, wie er das 2 zu 1 in der 92. Minute miterlebt hat. Auch das wieder sehr emotional. Neben Vataro Endo haben unsere Fans auch das 2 zu 1 geschossen. Also das war, wie gesagt, ich kann es nicht anders beschreiben, als eine Energiewelle, die durch jeden Spieler auch geflossen hat. Dies war unfassbar, unfassbar. So etwas habe ich noch nie erlebt und werde ich auch wahrscheinlich in meinem Leben nie wieder erleben. Aufgrund auch der Dramatologie des Spiels und auch der kompletten Saison, das ist auch ein Teil der Geschichte. Das kann man nicht nur diese ein Spiel auch betrachten, aber diese Dramatologie Richtung Spiel, Ende, die letzten 5 Minuten, letzte Minute, ist ja krank. Ist ja krank. Ja, aber anders kann man es ja nicht beschreiben. Er hat absolut recht. Und ich fand es auch interessant, dass er auch den Gedankengang hatte, den wir letzte Woche hatten, dass praktisch wirklich das ganze Stadion mit in diesen Strafraum reingegangen ist. Und er das Gefühl hatte, jetzt schießen wir alle gerade dieses entscheidende Tor. Also sehr bewegende Worte. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich diese PK in Gänze anzuschauen. Die ganzen 60 Minuten, wir haben die wichtigsten Aussagen natürlich jetzt hier im Podcast. Aber es ist beeindruckend, Matarazzo einfach beim Kommunizieren zu beobachten. Der Mann ist einfach ein Segen für den VfB, lege ich mich jetzt fest. Also auch was Außendarstellung angeht, das ist top. Und ganz ehrlich, wenn bei den Bayern so eine Pressekonferenz stattgefunden hätte, wäre wahrscheinlich, auf NTV halten sie wahrscheinlich, das Programm ist auch nur unterbrochen. Und hätten Breaking News gemacht, wie philosophisch und intelligent der Nagelsmann hier gerade die Saison zusammenfasst und eben nicht schnell sprechend, das ist ja sein Problem von Nagelsmann. Wusstest du das? Ja. Dass seine Spieler damit ein Problem haben, dass sie die Anweisungen nicht verstehen, weil Nagelsmann so schnell spricht? Das fand ich interessant. Eminem für Arma, ja. Ja, gut. Was er auch noch gemacht hat, er hat einfach mal in wenigen Minuten die komplette Saison umrissen. Sprich, wie die abgelaufene Saison beim VfB so gelaufen ist. Auch das, Sebastian, hören wir uns kurz im O-Ton an. Es war eine sehr, sehr aufreibende Saison, die wir gemeinsam auch gelebt haben, die sicherlich auch geprägt war von vielen, vielen Rückschlägen, auch Widerständen, die wir als Team, wie soll ich sagen, wirklich als Team auch gemeistert haben. Ich glaube, entscheidend war auch die Ruhe, der Fokus, natürlich auch das Glauben, die wir nie verloren haben auf dem Weg. Und es gibt ein, ich mag das Wort auf Deutsch nicht, die Beharrlichkeit, ich mag es lieber auf Englisch, diese Perseverance. Es geht um einen Fokus und auch immer ein Dranbleiben, die auch entscheidend war, dass wir auch diese sensationelle Erlebnisse auch hatten, auch im letzten Spieltag. Ich kann es immer noch nicht fassen, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein paar Tage nach dem Spiel, was passiert ist letzten Samstag. Aber ich freue mich sehr, dass VfB Stuttgart nächstes Jahr in der Bundesliga auch spielen darf. Ja, Sebastian, ich weiß gar nicht, ist er noch da, der Herr Rose? Ich bin noch da. Der ist völlig abgelenkt. Wer ist noch da mit unserem Ton, aber unser Bild ist irgendwie... Von dem Scheiß drauf jetzt auf dem Stream. Weil sonst sitzt ich hier und drückt nur noch auf Knöpfe. Wahrscheinlich haben wir nur drei Stunden YouTube-Zeit und danach ist irgendwie das Bild vorbei oder so. Keine Ahnung. Dann soll es so sein. Am wichtigsten sind uns ja eh die Podcast-Hörer. Auf jeden Fall. Und die YouTube-Gucker, die uns auch weiter gucken, wenn sie uns noch hören. Ja, genau. Das reicht ja dann im Zweifel auch aus. Hast du denn jetzt mitbekommen, was Matarazzo so alles erzählt hat? Ja, total. Oder ging das an dir vorbei? Nein. Hat dich das denn beeindruckt? Absolut. Ja, weil er denkt ja schon so ein bisschen, wie wir Fans auch denken. Und das macht ihn schon sehr, sehr sympathisch. Ja, also was... Was mir wirklich Respekt abverlangt, ist tatsächlich, ich habe es vorhin schon gesagt, aber ich muss es nochmal wiederholen, die Demut, die du aus jedem Satz raushörst. Also ihm ist einfach bewusst, dass das... Vergleiche es mal mit Weinzierl. Da ist halt nichts da. Nichts Verbindendes, auch nicht das Verständnis, wie groß dieser Verein ist, was dieser Verein für die Menschen bedeutet und nicht zuletzt für die Mitarbeiter. Du hast ja nicht nur Verantwortung für dich und für deine Karriere, sondern du hast an erster Stelle vielleicht auch noch eine Verantwortung für Karrieren von jungen Menschen, für Mitarbeiter, für ganz gewöhnliche 400-Euro-Jobber oder ich weiß nicht, wie da momentan der Kurs ist, ob es 450 sind, keine Ahnung. Und natürlich hast du halt einfach hier einen unfassbar großen Verein, ja, der es verdient hat, dass du alles gibst, um diesen Verein zum Beispiel jetzt in der Bundesliga zu halten. und das trieft aus ihm raus, dieses Verständnis und diese Demut und diese Würde, das finde ich beeindruckend. Absolut. Und ich kann mir jetzt auch schlecht vorstellen, dass Peligedo Materazzo zu den Journalisten sagt, ihr wollt doch, kommen Sie so auch nicht nach 1000. Dafür sagt er was anderes und zwar spricht er über die Entwicklung seiner Mannschaft, auch hier nochmal, ihr müsst das einfach verstehen, das ist eine normale Presserunde, da werden normalerweise Fragen gestellt, wie Herr Materazzo, spielen Sie nächste Woche mit Endo in der Startelf oder nicht oder wie sieht Ihr Matchplan gegen Dortmund aus, also Fragen, die ein Trainer nicht beantworten kann und was macht er halt so, du kannst ihm die dümmste Frage der Welt stellen und es kommt trotzdem eine vernünftige Antwort dabei raus und er macht es auch immer mit Respekt, ja, also er würdigt oder also ich denke mir manchmal schon bei manchen Fragen, dass er sich so denkt, was willst du, Alter? Aber er lässt es dem Gegenüber nie spüren, ja, er macht das dann immer trotzdem respektvoll, beantwortet er geduldig, jede noch so blöde Frage und hier macht das so, ihm werden eigentlich nur Keypoints hingeworfen und er rockt halt einfach mal so eine ganze Pressekonferenz mit Content und das können wir uns auch nochmal hören, wie er die Entwicklung seiner Mannschaft beschreibt. Das würde ich auch nicht so stehen lassen, dass keiner sich entwickelt hat, weil ich... Moment, das muss ich noch vorweg schicken, die Frage war ganz konkret, ja, ob er der Meinung ist, dass sich kein Spieler weiterentwickelt hat in der abgelaufenen Saison. Das würde ich auch nicht so stehen lassen, dass keiner sich entwickelt hat, weil es gibt eine Handvoll von Spielern, die sich auch extrem entwickelt haben, ob Borna Sosa, ob Dinos, Mafropanos, was haben wir noch, Hiroki Ito, wir haben Spieler, die Atakan Karazor, wie er sich auch entwickelt hat in dieser Saison, das sind schon mehrere Beispiele, die auch gute Schritte gemacht haben, diese Saison, trotz der Situation, die wir hatten. Ich mag diese Metaphor und das sage ich auch gerne auch hier in der Runde, dass Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Ja, und es gibt Zeitpunkte, wo Sonne braucht, wo man Schatten braucht, wo man Wasser braucht, vielleicht auch Dünger, aber wenn man daran zieht, kann es auch kaputt gehen. Wir haben auch aufgrund der Situation in der Vorrunde ein paar Spieler, Talente überspielt, weil die auch nicht, keine Alternative auch gab, vielleicht auch, weil ich dann ein, zwei Mal zu oft auch einen Spieler spielen lassen habe, weil er die Hoffnung auch gab, dass es nochmal kommt, aber sicherlich dieses Thema, einem Spieler Pause zu geben in den richtigen Zeitpunkt ist unfassbar wichtig für die Entwicklung und wenn er nicht diese Pause bekommt, dann kann es sein, dass er nicht wächst, wie er wachsen soll, braucht ab und zu Schatten. Siehe auch Tongi Koulibaly, der jetzt mal in der Rückrunde, zum Beispiel gegen Bayern, hat mehrere Wochen gebraucht, um wieder auf ein gewisses Niveau zu kommen, wo er aktuell, wo er sein muss, um konkurrenzfähig zu sein. Es gibt mehrere Beispiele und ich glaube, das ist sicherlich auch ein Thema. Ich finde, ein anderes Thema ist die Situation, die wir hatten mit dem Abstiegskampf, also ab dem ersten Spiel, eigentlich vor dem ersten Spiel in der Rückrunde, habe ich tatsächlich auch nicht medial, aber intern auch den Druck erhöht vor dem Viertespiel und hat man auch gemerkt, wer in der Lage war, jetzt mit diesem Druck auch umzugehen oder nicht. Dann gab es auch danach auch mediale Aussagen. Man braucht auch eine gewisse Offenheit zum Spiel, man braucht auch ein Gefühl von Fluss, um sich auch entwickeln zu können. Wir geben die Spieler Impulse, wir geben Spieler sozusagen auch Dünger, wir versuchen Blockaden auch zu lösen, wenn es Blockaden gibt und es gibt natürlich auch Kapazität von jeder einzelne Spieler, gibt es auch manchmal auch Kapazitätsgrenze, aber der Spieler muss selbst den Weg gehen. Der Spieler geht selbst den Weg, der investiert, der geht den Weg. Wir können nur die Tür aufmachen, versuchen aufzuzeigen, wie es ausschauen könnte und das sind meine Erkenntnisse aus dieses Jahr. Dass ich ganzheitlich arbeite mit den Spielern weiterhin, ist sicherlich Fakt, dass in der Rückrunde mehr Fokus gelegt worden ist auf den Erfolg am Wochenende statt die Talententwicklung, ist auch ein Fakt. Die Rückrunde war schon, es geht um Tagesgeschäft, es geht um die Spiele, ein Spieler entwickelt sich auch in der Erfolg beziehungsweise wenn er Bundesliga spielt, das heißt, es war nur Fokus, Klasse halten, Klasse halten. Und egal wie, weniger Fokus auf, okay, wie löse ich diese Blockade bei Spieler X, wenn einer nicht performt hat, dann hat er halt nicht performt. Ich habe mich fokussiert auf die 12, 13, 14 Spieler, die am Wochenende das Gefühl hatten, dass sie das Spiel auch gewinnen. Und da habe ich meine Energie auch investiert. Also sicherlich, wie gesagt, auch die Verletzungsmiserie in der Vorrunde, die Drucksituation, aber auch meine Entscheidung in der Rückrunde, um das ein bisschen hinten dran zu stellen. Sehr, sehr langer Einspieler, aber auch hier würde ich sagen, hat es sich gelohnt, weil er so viele Details wieder vorbringt. Natürlich absolut super, die Metapher, Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Übertragen auf die eigenen Talente heißt das einfach, dass sie Sonne, Schatten, Wasser und manchmal Dünger brauchen. Doch wenn man daran zieht, kann das Ganze kaputt gehen. Aber das ist halt eine super Metapher. Also das ist perfekt beschrieben. Ich denke, die Matarazzo ist Hobbygärtner. Aber das passt halt wirklich, ja. Das ist sehr gut beschrieben, ganz genau. Aber manche, muss man auch sagen, manche Grasbüschel beim VfB auf der Wiese, die wachsen anscheinend jetzt nicht mehr oder dann zu langsam. Da muss man halt auch gucken, ob man dann nochmal neu aussäht. Ja, auch die Erkenntnis, dass man halt Talente zu oft eingesetzt hat. Da gehört auch Größe dazu, sich einzugestehen. Genau, weil das war auch, was viele Fans gesagt haben, jetzt schon wieder den Klimowitz. Jetzt bringt er wieder den Klimowitz. Genau, jetzt schon wieder und wieder den Koulibaly und so. Also es wurde geraunt, als Klimowitz dann wieder unten am Spielfeldrand stand. Und das scheint er auch so reflektiert zu haben, dass das nicht ganz so optimal war. Und er sagt das ganz klar. Er verklausuliert nichts. Er sagt das ganz klar. Und nochmal, ich würde ja gerne mehr darüber sprechen, aber es steht halt komplett für sich. Ich brauche da nicht noch was ergänzen. Ich kann es einfach nur anerkennend, ja, anerkennen, dass das halt sehr, sehr klar formuliert ist von ihm. Und genau das trifft, was glaube ich viele Fans auch gesehen haben. Auch die Aussage in der Rückrunde, mehr Fokus auf Tageserfolg gelegt zu haben und weniger auf Entwicklung. Da gehört schon was dazu, das so öffentlich zu kommunizieren, weil eigentlich ist ja der Weg, das VfB Schickert jung und wild, zu Recht. Ja. Aber natürlich musst du den dann in so einem Worst-Case-Szenario hintereinander stellen. Also der Weg muss erstmal sein, die Liga zu halten. Ja, klar. Und dann kannst du Talent entwickeln. Und wenn du halt Gefahr läufst, abzusteigen, dann ist die Talententwicklung wirklich zurückzustellen, weil darum geht es dann nicht mehr. Ich würde diese Aussagen noch gerne viel stärker würdigen, aber da sitzen wir ja noch viel, viel länger. Ich hoffe, es kommt trotzdem einigermaßen rüber. Wir sind, wie gesagt, auch so ein bisschen abgelenkt, das geben wir ja zu, mit unserer in die Brüche gegangene Technik. Aber wir rocken das jetzt ja trotzdem noch. Ja, es gab eben schon Kommentare, dass man uns auch wieder sehen kann. Also wir sehen in der Vorschau kein bewegtes. Okay, dann muss ich mich wieder normal hinsetzen. Zieh die Hose wieder an, Ricky. Also falls ihr uns auch wieder bewegt sehen könnt, schreibt es mal kurz in den Chat, weil wir sehen tatsächlich im Vorschaubild nur ein Standbild. Dann gebe ich mir jetzt noch mehr Mühe. Und wir hören uns aber erneut Matarazzo an, der über die Ziele der kommenden Saison spricht und die Balance zwischen Talententwicklung und eben, wie gerade eben schon thematisiert, Tageserfolg. Es wird sogar noch eine größere Herausforderung sein, um die Klasse zu halten nächste Saison mit den Mannschaften, die auch hochkommen. Ich kann diese Frage noch nicht beantworten, was die Zielsetzung sein wird, bis der Kader auch steht. für die kommende Saison, das ist auch klar. Also jetzt ist es Zeit zu arbeiten, sage ich mal, um die bestmögliche Kader hinzustellen. und was ich sagen kann, ist, dass man die Saison beginnt von Anfang an mit mit einer anderen Haltung, einem anderen Druckgefühl, ein anderes, ja wie soll ich sagen, ich glaube, wir haben alle hier im Verein vorletzte Saison oder letzte Saison auch im Kopf gehabt, bevor wir auch diese Saison begonnen haben. Und wir haben auch gute Erlebnisse gehabt mit dem Pokalsieg, 6-0 und auch das 5-1 gegen Fürth. Das war alles auf einem guten Weg, aber hat man auch gesehen dieses Jahr, wie schnell es auch gehen kann oder wie zäh es auch sein kann, auch im Abstiegskampf und was die Tügenden sind auch dafür, um ja, im Abstiegskampf zu bestehen. Und ich glaube, das ist auch klar, dass wir viel, viel früher mit dieses dieses Gefühl boah, ja das wir brauchen die drei Punkte am Wochenende, das hört sich blöd an, weil wie jedes Spiel gehst du rein, um das Spiel zu gewinnen. Aber das ist ein andere, wie gesagt, das ist ein anderer Balance zwischen Talententwicklung und Tageserfolg, so kann ich es auch beschreiben, dass vielleicht diese Balance sich ein bisschen kippt auf einer Ebene, wo es für uns auch gut tun wird. Verstehe mich nicht falsch, ich bin hier, um Spieler zu entwickeln und das ist auch der Weg, das war auch bei Stuttgart, wir wollen auch junge Spieler voranbringen, wir brauchen es auch für finanzielle Stabilitäten, dass wir uns auch langfristig etablieren in der Bundesliga und das ist auch meine Aufgabe, aber das ist dieses, wie soll ich das nennen, so ein Ticker, so ein bisschen auf Null zu stellen, das Pendel ein bisschen auf Null zu stellen, ich glaube von Anfang an ist sehr, sehr wichtig. Ja, auch hier wieder viel Interessantes drin, Sebastian ist immer noch am rumrödeln. Ja, ich ignoriere es jetzt halt. Du musst es ignorieren, weil sonst leidet die Sendung drunter. Ja, wir machen jetzt Podcasts. Ja, dann ist halt YouTube jetzt in die Brüche gegangen und wenn die den Ton noch hören, ist es doch schon mal nicht schlecht. Also, damit müssen sie jetzt leben. Ja, also hier finde ich es besonders interessant, dass er einfach das Thema Haltung nochmal anspricht, auch ganz klar thematisiert, dass man sich vielleicht hat von den ersten beiden Spielen gegen Dynamo und gegen Fürth, ja, ich würde mal sagen blenden lassen hat. Also, was heißt blenden lassen? Ich glaube tatsächlich, dass man das Gefühl bekommen hat, Mensch, das läuft ja echt gut. Auch wenn es nur BFC war, BFC Dynamo und Fürth, aber trotzdem, Fürth war immerhin ein Bundesligist, dass die jetzt nicht viele Punkte geholt haben, ist das eine, aber trotzdem musst du das ja auch erstmal so runterrocken. Ja, aber ich glaube, was er gesagt hat, bezieht sich gar nicht nur auf die ersten zwei Spiele, sondern auf die ganze Hinrunde und da hast du ja schon ausgehört, dass was wir Fans gespürt haben, dass die Mannschaft und auch die Verantwortlichen, also auch er und Sven Wisschen hat, dass immer auf die Verletztenmesere geschoben haben, wo wir gesagt haben, hey, pass mal auf, das ist nicht so, ja, ihr müsst halt echt mal jetzt anfangen. Hast du das Gefühl? Weil ich glaube eher, dass es ihm um die Haltung seiner Spieler geht. Nee, gar nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass er auch gesagt hat, ich habe es rausgehört, dass auch die Verantwortlichen zu lange zu sorglos waren und gesagt haben, war ein gutes Spiel, leider keine Punkte, nächstes Spiel gewinnen wir. Ja, aber nicht auf die Verletzungen bezogen. Nein, nein, aber auch die Verantwortlichen waren zu lange zu sorglos und haben nicht drauf geguckt, wir brauchen Punkte und wir haben gesagt, hey, ihr braucht Punkte, ihr sammelt keine und dann kann, das ist mir egal, wie viele Verletzte ihr habt und wie gut ihr gespielt habt, ihr braucht Punkte und es hieß immer wieder, ja, leider keine Punkte, aber gut gespielt, aber viele Verletzte und ich habe da so ein bisschen rausgehört, dass er das auch als Fehler angesehen hat, dass man zu lange zu sorglos war. Ja, also, dass man tatsächlich damit gerechnet hat, irgendwann wird es einfach mal wieder laufen und man hat so ein bisschen Pech, ja, das war auch mein Eindruck, aber ich habe das nicht auf die Verletzten-Misere bezogen, sondern... Nein, nein, das nicht, aber das wäre lange das Narrativ und dann hat man irgendwie anderes gefunden und so weiter, aber... Das stimmte ja auch. Aber wann hat sich zum ersten Mal jemand hingestellt und hat gesagt, wir brauchen jetzt Punkte, sonst steigen wir ab, das hat ewig gedauert. Nein, aber das war zu spät und das hat Pellegrino Materazzo auch erkannt und deswegen hat er gesagt, wir haben zu lange auf Entwicklung geguckt, zu wenig aufs Tagesgeschäft und ich glaube, in der nächsten, wenn er, ich habe ja auch immer gesagt, er ist ein Neuling, er hat diese Situation noch nie erlebt und ich glaube, wenn die nächste Saison wieder so laufen sollte, bewahre Gott, wird er früher sagen, wir hatten Kackspiel, er wird früher sagen, wir haben drei Kategorien Spieler, er wird früher sagen, du spielst bei mir nicht mehr, ja, also, er hat die Leute zu lange geschützt und das macht er so nicht nochmal. Ich glaube aber, also, das klingt ja jetzt so, wie wenn du das so machen würdest, dann wären wir nicht in die Situation geraten. aber er glaubt, glaube ich schon, dass er die Situation beim nächsten Mal anders handeln würde. Nochmal, das bedeutet, wenn du es anders machen würdest, würden wir nicht in die Situation geraten, am letzten Spieltag in der 92. Minute eben durch den glücklichen Treffer von Endo die Klasse zu halten. Ich glaube ganz konkret, er wird das nächste Mal in der gleichen Situation vor dem Spiel in Berlin nicht sagen, das ist kein Endspiel. Ich habe schon verstanden, was du meinst, aber das ist trotzdem nicht die Begründung für die schlechte Saison aus meiner Sicht, weil dazu gehört halt einfach auch eine massive Verletzungsmisere, die kannst du nicht wegschieben. Und was bringt es dir, wenn sich der Trainer dann hinstellt nach zwölf Spieltagen und sagt, ja Leute, so geht es nicht weiter, wir brauchen jetzt Leistung oder was weiß ich, ja, dann denke ich mir halt als Spieler, guck dir doch mal an, was hier los ist. 13 Spieler spielen nicht. Genau, aber trotzdem bin ich der Meinung und ich glaube der Meinung des Pellegrino-Materazzo auch, dass man zu lange eine zu gute Stimmung hatte dafür, wie scheiße es eigentlich in der Tabelle aussieht. Und ich glaube, es war zu wenig Alarmbereitschaft. Das ist mir schon klar, aber wie gesagt, es hört sich so ein bisschen so an, als ob man einfach was in der Ansprache verändert und dann läuft es schon irgendwie. Das glaube ich eben nicht. Nee, aber es läuft eher. Weiß ich nicht, weil du hast trotzdem die Verletzten und die müssen auch erstmal zurückkommen. Also das ist nicht so, dass du einfach sagst, okay, jetzt habe ich eine andere Ansprache und dann geht es. Was natürlich sein kann, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, dass die Mannschaft dann in so Situationen wie in Berlin, wo sie komplett unter dem Druck zusammengebrochen sind, dass sie da resilienter sind und sich diesem Druck entgegenstellen können, weil sie von Anfang an dann so ein Stück weit darauf gepolt wurden, dass es jetzt nicht mehr darauf ankommt, was ich für eine Ausrede finde und warum es heute nicht ging, sondern heute zählt nur Leistung. Aber es kann auch sein, dass es nichts bringt. Also wie gesagt, ich verstehe, was Matarazzo sagt, Talententwicklung steht manchmal eben nicht über dem Tageserfolg, dass es auch Fingerzeig aus meiner Sicht in Richtung zu ein bisschen Tat. Ich kann jetzt hier nicht nur Talente entwickeln, wenn es auch darum geht, am Ende die Klasse zu halten. Wir müssen uns da schon entscheiden. Machen wir jetzt hier eine Ausbildungsliga oder wollen wir sportlichen Erfolg? Genau. Wenn wir das möchten, müssen wir da irgendwie eine Balance finden. Das hat er ja super erklärt. Wie gesagt, da sind wir uns ja auch einig. Nur mir ist es halt zu leicht zu sagen, das ist meine Meinung, du musst früher eine andere Ansprache finden und dann geht das am Ende gut aus. Nein, aber ich finde, was du nicht machen kannst, eine ganze Halbserie erzählen, wir stehen nur da unten, weil wir so viele Verletzte haben. Da war es aber ein Fakt. Ja, aber dann denken die Elf, die spielen, ja sorry, dann sind wir ja raus, dann spielen wir halt scheiße. Dann sind die dumm. Weil die, die dann kommen, die reißen das schon. Dann sind die dumm. Du musst sagen, als Spieler muss doch dein Denkprozess sein, okay, ich habe jetzt die Chance, weil fünf Startelfspieler fehlen, mich zu präsentieren und auszuzeichnen. Ja. Und es kann ja dann nicht sein, dass du in diesen Momenten, wo es auf dich ankommt, Larifari da hinkickst und dir denkst, ja gut, wenn die anderen kommen, wird es schon wieder laufen. Die holen dann die Kohlen aus dem Feuer. Ja, aber wenn dein Trainer und dein Sportdirektor fortwährend genau das erzählen, das sind erwachsene Leute. Ja, aber wenn du als Trainer und als Sportdirektor, wie gesagt, intern, externe Kommunikation, ich finde, man kann es nicht trennen. Ich finde schon. Ja, es ist immer die Frage, was man, ja natürlich, na gut, sie haben die Klasse gehalten. Am Ende kackt die Ente, heißt das immer so schön. Okay, okay. Nein, ich verstehe, du, ich bin ja da prinzipiell deiner Meinung. Wie gesagt, für mich kann ich akzeptieren, dass eine andere Ansprache die Lösung ist, um in Zukunft sozusagen solche Situationen besser zu durchlaufen. Ich glaube, man muss einfach thematisieren, Verletzungsmisere ist das eine. Dann muss man auch anerkennen, dass einige Spieler überschätzt wurden. Absolut. Die Leistung der letzten Saison muss man mit einbeziehen und der Trainer, und da sind wir uns komplett einig, hat Fehler gemacht. Das ist das Thema dann Ansprache, das ist vielleicht auch das Thema Wechsel, das ist das Thema System, das ist das Thema Talententwicklung dann im Spiel, dass man sich gedacht hat, komm, jetzt bringe ich halt den Klimovitz nochmal, weil vielleicht geht diesmal die Dose auf. Aber das alles zusammen ergibt dann so eine Saison. Genau, und das ist jetzt auch gar nicht meine Meinung aus mir selbst raus, sondern das war jetzt quasi meine Interpretation von dem, was er gesagt hat. und ich glaube, wenn Pellegrino Materazzo jetzt genau die gleiche Situation, genau die gleiche Saison nochmal hätte, würde er früher die Mannschaft in die Pflicht nehmen. Und er würde nicht sagen, wir haben heute kein Tor geschossen, aber das ging auch nicht, weil unsere Stürmer 1 bis 3 sind ausgefallen. Der würde sagen, der, der auf dem Platz stand, der hat ein Tor schießen müssen. Ich möchte es nicht herausfinden, ob du recht hast, aber ich habe hier nochmal Pellegrino Materazzo, was er in dieser schwierigen Saison gelernt hat und für sich persönlich mitgenommen hat. Und vielleicht hätten wir uns dann diesen Diskurs, den wir gerade geführt haben, es wurde richtig hitzig. Ja, Wahnsinn, ich war kurz davor, dir vor Schienbein zu treten. Ja, und ich wollte über den Tisch springen. Und jetzt hören wir uns mal an, was Materazzo mitgenommen hat aus der abgelaufenen Saison. Ich finde, dass wir ein paar Extremen erlebt haben in dieser Saison. Was sicherlich auch die die Geschichte der die Verletzungsmiserien in der Vorrunde angeht, diese extrem auch erlebt zu haben, wie man damit umgeht, wie man Stabilität die Mannschaft gibt, wie was für Entscheidungen man trifft und was für eine Wirkung es auch auf die Mannschaft hat, ist sicherlich Erfahrungswerte, die man mitnimmt aus dieser Saison. Auch die Rückschläge in der Häufigkeit und auch in der Intensität, die wir erlebt haben. Preach. Wir haben auch viele Spiele absolviert, wo wir gut waren, wo wir mehr verdient hätten und aufgrund vielleicht individueller Fehler, die auch zum Gegentor geführt hat und unserer Chancenverwertung, wir hätten allein in der Rückrunde elf Tore mehr schießen müssen, was Expected Goals angeht. Elf Tore mehr. Nur in der Rückrunde alleine. Das haben wir nicht geschafft. Also die Rückschläge, die wir erlebt haben, die bittere Niederlagen, auch in den Vorrundern gegen Augsburg und Bielefeld. Auch jetzt in die Rückrunde, diese doppelte Niederlage, Bochum und Hoffenheim, wo du gute Spiele machst und beide verlierst, da wieder aufzustehen. Diese Rückschläge zu verarbeiten und weiter Gas zu geben, das ist Niederlage gegen Hertha. Das sind so viele gewesen. Schiedsrichter-Entscheidungen, wo man sagen kann, okay, der war 50-50 oder 45-55, aber fast vom Gefühl her jedes Mal gegen uns gepfiffen worden ist. Das war viel. Und diese Erlebnisse, diese Erkenntnisse wird uns auch viel Kraft geben für die Zukunft. Und ich finde auch, ein anderer Extrem ist, der Drucksituation, die wir auch gespürt haben. Dieses im Abstiegskampf zu stecken, wie zäh das sein kann, wie es auch teilweise an der Mannschaft lähmen kann, wenn man nicht die notwendige Lockerheit und Energie fließen lassen kann. Das sind auch Erkenntnisse, die man mitnimmt. Also nicht nur ich als Trainer oder unsere Trainerteam, sondern auch jeder Spieler auch dieses Jahr so viel erlebt und das auch positiv erfolgreich zu Ende gebracht. Das kann, kann nur stärken. Das kann nur stärken. Und ich freue mich, ich freue mich, dass es so, wenn man, wenn es Schicksal war, wenn es so etwas gibt, dann haben wir unser Schicksal erzwungen mit unserem Engagement, mit unserem Ehrgeiz und ich freue mich auf die kommende Saison. Ohne zu wissen, was die großen Baustellen sind. Ja, Moment, Moment. Also die auf ihn warten, meint er, glaube ich. Nicht die aus der Abgelaufenen. Aber er ist schon froh, dass es alles gut ausgegangen ist. Ja, ich übrigens auch. Total, ja, ja. Die Aussage lassen wir jetzt auch wieder so stehen. Ich finde, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist schon brutal ehrlich. Herausragend. Und ich finde es halt schön, dass er halt genau die Sachen anspricht, die wir über die ganze Saison angesprochen haben. Also jetzt nicht wir als Podcast, sondern wir als Fans, dass die tatsächlich auch ganz oben angekommen sind und man gemerkt hat, okay, da lief nicht alles gut und das müssen wir ändern. Also wir haben es jetzt genug angesprochen. Aber ich glaube, die Probleme sind in dieser berühmt-berüchtigten Analyse zur Sprache gekommen und hat wirklich besprochen, was sich da ändern muss. Die Probleme, die auf uns warten, kennen wir noch nicht, aber wir wissen, wann sie wieder starten. Nämlich zum Saisonauftakt. Der beginnt am 25. und 26. Juni mit der berühmt-berüchtigten Leistungsdiagnostik. Da werden dann wieder die Darth Vader-Masken aufgesetzt und es müssen Und die Ohrläppchen bluten. Genau. Sprints auf Laufbänder absolviert werden. Am 27. Juni gibt es dann den Trainingsauftakt. Das ist ein Montag. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das ein großes öffentliches Training sein wird. Ins Trainingslager geht es dann vom 9. bis zum 16. Juli und zwar ins Allgäu. Das heißt, gut erreichbar für alle, die jetzt hier aus dem Großraum Stuttgart kommen und natürlich überhaupt in Baden-Württemberg leben. Oder auch von überall mit dem 9-Euro-Ticket kann man auch per ÖPNV hinfahren, wenn man ein bis zwei Tage Zeit hat. Und die Saison beginnt dann am letzten Juli-Wochenende mit der ersten Runde des DFB-Pokals. Und das erste Spiel in der Bundesliga ist dann dementsprechend das erste August-Wochenende, damit ihr schon mal die Daten gehört habt. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.